Mücken Game Strong! Was wir uns jetzt angucken? Ich mach das nur für dich, ohne Witz. Mitten im Nirgendwo, was denn? Da rein gehen, wegen den Mücken, ohne Witz. Ja, wir gucken mal, ob wir da reinkommen. Ist natürlich schön gut zugewachsen, aber es sieht halt eigentlich nach einem richtig geilen Häuschen aus und ich würde mir das gerne mal von innen anschauen. Tut mir wirklich leid, aber ich habe nur Birkenstocks an, keine Hose. Ich habe auch keine Hose an, also wartest du da, aber das sind hier nur 4 Meter, geht das hier durch? Machst du nicht? Okay. Leute, ich hasse es ja selber, ich finde das voll eklig, aber guck mal, jetzt habe ich schon ein paar Kilometer. Elli, das sind echt nur hier die 2-3 Meter. Ne. Ne? Sagst du? Ne. Was? Ne? 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 erste tür schon mal zu tür auf also mal die aussicht traumhaft schön das anstrengt wie geil die küche ist relativ neu sind überall die folie drauf hier ist noch nichts drin aber hier wird was gegessen was wird man so verpackt mit wahrscheinlich geht es nicht aber das ist wahrscheinlich so ein geiles kannst du manche in so dunkle räume eigentlich nie reingehen weil ich das auch ein bisschen eklig finde ok einfach wieder zu reicht ja hier mal kurz oben gucken was ist das bitte für ein schönes häuschen hier badezimmer eine kleine dusche natürlich müffelt es hier ein bisschen weil es hier in Ewigkeit nicht mehr gelüftet wurde aussicht wie geil ist das bitte man duscht hier und schaut ein bisschen in den dschungel rein angenehm angenehm sag ich nur angenehm babaschlafzimmer mit dem spiegel nochmal badezimmer super entspannt wie geil ist das bitte Toilette Dusche Dschungel richtig richtig schön aber gucken wir nochmal weiter was ist hier drin oder hier schon mal ah Kopfkissen und so na gut da sind wir drin geil haben die vor Ewigkeiten hingebracht und man sieht ja an der Einfahrt dass das schon lange hier rum stehen muss der hätte auch gemütlich wie viele Fenster haben wir hier bitte wie schön ist das wir legen mal wohnst du hier kommst morgens raus ok das ist ein bisschen ich werde es auch nicht kaputt machen aber wahrscheinlich bin ich auch einfach nur zu blöd guck mal hier ins andere Zimmer ja moin der Boden hat sich schon nicht mehr so gut angefühlt so zu wohnen muss auch super geil sein gehen wir das hier auch nicht dann ist das wahrscheinlich hier ja guck euch das an da hinten sieht man Copangam da hinten sieht man Copangam und hier vorne sieht man die kleine Ellie das ist eine superschöne Aussicht hier hinten sieht man auch noch ein Häuschen mit Blumen ja das war es eigentlich schon jetzt sind wir hier einmal komplett durch Tür machen wir wieder zu so wie sich das gehört ja jetzt glaube ich noch aber das guck ich mir noch einmal an was liegt hier denn packt das nicht an da könnte unfassbar sein ach das sind diese Dinge wo die Leute manchmal dran riechen ja ich rieche das auch direkt Schlüssel für Private Time dann ansonsten war es das schon auf Wiedersehen Leute dann 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 wieder dann so Vielen Dank.